So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Assassin's Creed 4. Wo wir, wo wollten wir eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck mal auf die Kade. Die Kade sagt mir, hier war ich. Okay, da wollte ich hin, weil ich das erkunden wollte. Danach wollte ich, ach da, die hatte ich glaube ich auch schon fertig, die Il-Avash. Ne? Ja, die hatte ich schon fertig, okay. Ähm, bleibt also noch eine gute Buckelwahl. Der ist jetzt nicht so spannend, da ist ein Feinschiff, wow. Keine Ahnung, ob das jetzt... Ich fahr mal zum Feinschiff und danach zur Hauptmission, so. So, umdrehen. Ja, ich weiß, dass da was im Wasser ist, aber das kenn ich schon, da war ich schon mal. So, umdrehen, umdrehen. Huch, was ist denn im Himmel da hinten? Das ist... Ach, das ist... Ne. Höh, jetzt ist weg. Komisch. Sehr seltsam, das Ganze. Oh, guck mal. Da ist ein Schiffbrüschiger. Ein Schiffbrüschiger. Fand ich den nicht... Hallo? Habe ich den jetzt gerettet? Ich glaube ja. Okay, wo ist denn jetzt das Feinschiff hin? Ich möchte... Alter, was die da singen? Was habe ich denn da für komische Shantys eingesammelt? Oder Musikstücke hoch? Alter, da war so ein Wal... Springt da einfach so ein Wal direkt neben meinem... Dings. Ach, das ist schon das... Warte mal. Das ist das Feinschiff. Ah, Stufe 29 ist ja lächerlich. Da kriege ich ja locker hin. Aber wenn ich das richtig mache, natürlich nur. So nicht. Kann ich mich... Na da... Nee. Mach ich mal hoch. Ah, ja. Mach ich mal so. Okay. So, dann machen wir mal das Schiff hier platt, würde ich sagen. Wie eine Flunder praktisch. Die daneben abzuschießen ist. Habe ich echt nicht getroffen. Das ist ja lächerlich. Oh, schießen die natürlich die ganzen... Wieso können die eigentlich so oft schießen? Ich nicht. Ähm. Bleib mal hinter dem Schiff. Das ist, glaube ich, keine allzu schlechte Taktik. So, und ich soll auch... Ach, das ist ja gar nicht das richtige Buch. Hä? Wie, das... Ich... Achso, doch, das war das richtige. Moment. Ich sollte übrigens auch mal die Mörser einsetzen vielleicht. Das soweit du bist. Ja, klappt ja wunderbar mit dem Mörser. Alter, jetzt treffen die mich hier dauernd. Was zur Hölle. Ich muss hier mal die... Also, das ist ja wohl nicht wahr. Hä? Was ist denn heute los, Summer? Ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, ewig keinen... Doch. Oder? Wie lange habe ich keinen Schiffskampf mehr gemacht? Ja, gut, gegen das andere Schiff. Ja, aber... So, wo war denn das jetzt? Mist, jetzt ist es nicht mehr auf der Karte. Ist jetzt auch wurscht. So. Ich fahre jetzt einfach mal zur Hauptmission. Ich werde schon noch auf genug Schiffe treffen. Aber so wichtig ist das, glaube ich, auch gar nicht. Hm. Ich sollte bloß nicht selbst zerstört werden. Das wäre irgendwie doof. Na? Stell dir mal vor, du wirst einfach mal selbst zerstört. Das ist ja irgendwie doof. So, Brick. Die gehören... Ne, die gehören zu mir, ne? Ne. Das sind noch Feinschiffe da. Die alle... So, warte mal. Äh, kann ich nicht mal... Äh, ne, dazu muss ich langsam mal fahren. Mit Q den Mörser einsetzen. Das geht so nicht. Hm? Irgendwie... Hallo, ich... Ist auch... Ah doch, er trifft zu. Also, irgendwie ist das noch komisch mit dem Mörser. Das verstehe ich nur nicht so ganz. Feier! Ja, mein Vertreff war hier und sie bricht. Feuer! Lag eingesteckt. Wir müssen die... Feuer! Ich muss mal... Huch, komm mal langsamer mal hinter dem bleiben. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Warte. So, Taktik... Taktik geht irgendwie nicht auf. Warte. Warte, 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 warte. Das kriege ich ja wohl hin. Ah, Stufe 29 sollte ich ja wohl schaffen. Also, wirklich. Ist ja lächerlich. So, warte, jetzt probiere ich nochmal den Mörser. Ach, guck mal, das geht. Also, irgendwie ist Steuerung komisch. Für den Mörser. Weiß ja nicht. Ne. Das hier wollte ich. Aber jetzt... Mal treffen. So. Na, komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh... Nein. Ach, Alter. Irgendwie... Also, irgendwie scheint das Schiff da gar nicht so einfach zu sein. Oder ich stelle mich wieder total doof an. Kann natürlich auch sein. Ist das wahrscheinlichere. Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen schneller und dann fahre ich da mal ein bisschen rum. Weiß denn, dann treffen sie mich nämlich nicht. Und ich kann sie theoretisch, wenn ich hinter ihnen bin, wieder treffen. Die treffen mich nicht. Hust. Nein, gar nicht. Scheiße. Na, komm schon, lass mich doch... Das muss doch gehen. Das ist ja einfach doch nicht wahr, ey. Ja, wieso... Wieso schaffe ich das denn nicht? Ist doch nicht wahr. What the fuck? Was ist das denn? Ist das zu stark oder stelle ich mich gerade nur doof an? Vielleicht geht meine Taktik auch nicht auf. Ich bin verwirrt. Oder liegt es daran, dass da noch andere Schiffe sind? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt das Schiff, was mich da... Ich kann da nochmal zoomen. Das ist eine Brigstufe 20. Okay. Zucker, Metall, okay. Und du hast Metall und Stoff. Ich, also das... Ich lasse es jetzt hier nicht auf mir sitzen. Ich drücke erstmal die falsche Taste und schaffe deswegen hier gerade so die Kurve. Ah, klappt aber noch. Okay, mal ein bisschen langsamer und dann direkt so. Huch. Ich glaube, ich sollte das mit dem Brassen öfters machen. Feuer! Feuer! Ihre Fahrstelle ist ungeschützt! Schieß Feuer! Okay, etwas schneller. Dann bleibe ich hinter denen. Vielleicht. Das war jetzt der Plan. Warte. Ob das aufgeht, weiß ich aber nicht. Die drehen sich so schnell. Ah, das klappt irgendwie. Glaube ich. Ja, doch, 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 das geht. Genau so. Das ist, glaube ich, die beste Taktik. Weil wenn ich hinter denen bin, können die mich nicht so leiden. Ja, die drehen sich natürlich so schnell. Feuer! Auf dein Feuer! Ich finde es ja interessant, dass das so geht. Einfach, einfach sich zu drucken. Natürlich total sinnvoll. Ne? Also wenn, wenn ihr irgendwie angegriffen werdet, einfach drucken. Das hilft immer. Feuer! Haltet euch fest! Ah, ich bekomme trotzdem Schaden, aber irgendwie weniger scheinbar. Ihr seid verschädigt! So, okay, warte, 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 warte. So. Oder vor denen bleiben, das geht auch immer. Andererseits, jetzt geht's. Ah, geschafft, geschafft, geschafft. Kann ich sie jetzt entern? Ja, kann ich. Okay. Ich darf sie entern. Juhu. Oh, Schiff kaputt. Ja, ist natürlich scheiße. Hm. Ähm, entern? Hallo? Hallo? Ich würde gerne, äh, hier vielleicht? Ah, jetzt. Jetzt darf ich drücken. Okay. Ähm, benutzen. Hallo? Jetzt. So. Nein, irgendwie sollst du auf, du sollst auf das Fass da schießen. Genau. Hahaha. Irgendwer müsste man die Mörser umbauen, dass man, oder, nee, Drehbassen hier, diese Drehbassen umbauen. Mörser heißen sie ja nicht, Drehbassen heißen sie ja. Dass man auch mal ein bisschen mehr schießen kann, als nur in diese Richtung da. Aber, das ist ja, ist ja nix. Ja. Ist ja nix. Ich würde die ein bisschen mehr drehen können. Ähm, ja, 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 verteidigung durchbrechen. Okay. Wieso? Wieso? Wieso hab ich denn... Das ist ja lächerlich. Warte, wie viel sind denn das hier? What the fuck? Das sind einfach viel zu... Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Es sind so viele, es sind so viele und die FPS ist schon wieder im Keller, aber jetzt geht's wieder. Okay. Ich drück einfach, dass das genial ist. Ich kann einfach die ganze Zeit E und die linke Maustaste drücken und mir passiert praktisch nichts. Na, doch ein bisschen da. Gerade, aber an sich geht das einfach die ganze Zeit E und die Maustaste einfach die ganze Zeit zu drücken. Hört ihr vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das hört. Äh, keine Ahnung. So. Okay, ich muss da einmal die Pulver... Wo sind sie? Hier, da hinten, da. Pulver... Ey, jetzt, Alter, geh da doch... Was machst du? Hilfe? Hä? Hä, wieso ist er jetzt runtergelaufen? Hä? Ist er total sinnlos. Ich hab komplett in die andere Richtung gesteuert. Er läuft einfach runter. Oder springt runter. Ist er total... Du sollst doch nicht... Geh jetzt mal runter, verdammt mich. Und... Jetzt steckt doch nicht die Waffen weg, sondern... Alter, was... Hä, was ist denn... Also irgendwas ist doch hier... Komplett faul. Was bist du wohl überhaupt? Du bist der Käpt'n scheinbar. So wie du aussiehst. Machen wir ihn auch nochmal tot. Ich verliere die ganze Zeit meine Kuh. Ich muss eigentlich nur die Pulverreserven zerstören. Wenn ich da denn mal hinkommen würde. Jetzt, ne, also anzünden. Und vielleicht... Ja, so kann ich natürlich auch weglaufen. Wollte ich eigentlich nicht so machen, aber das ist auch okay. Guck mal, er lässt gleich die Waffe fallen. Aber das musste trotzdem mal sein. So. Okay, was machen wir mit dem Schiff? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jackdorf reparieren? Ich würde sagen, Jackdor reparieren, oder? Die Flotte aufnehmen. Nee, ach. Ich repariere das einfach mal, die Jackdor. So, es muss reichen. Die Flotte muss jetzt auch nicht so groß sein. Und außerdem werden wir da wahrscheinlich noch bessere Schiffe finden irgendwann. So, Upgrades sind verfügbar. Ich muss sowieso mal, warte mal. Ich gucke mal, ob ich das Schiff irgendwie upgraden kann. Oder aufrüsten kann. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das wird doch bestimmt möglich sein. Hinein in die gute Stube und mal schauen. So, hier kann ich zur Flotte. Wo war denn da drüben war das? Huch, das Schiff. Hier. Kaufen. Und zwar Jackdor Upgrades. Was haben wir denn da? Wow, ich kann Mannschaftsquartiere hinzukaufen. Gut, dann machen wir das halt. Bestätigen. Ist ja auch sehr schön. Aber das war's denn auch schon. Lager für Feuerfässer? Ja. Na ja, könnte ich theoretisch. Aber was bringt mir das? Nichts irgendwie. Ich würde gerne die Stärke der, der Rundkugeln. Ist auch nicht schlecht. Aber ich wollte gerne die Stärke der, wo sind sie denn jetzt? Ach hier, Breitseitenkanonen. Die wollte ich gerne upgraden. Da kann ich ja noch einiges machen. Allerdings fehlt mir dazu, was ist das Metall, ne? Kann ich denn mal... Kann ich denn mal... Zurück verkaufen. Was haben wir denn? Frachtverkauf. Zucker. Bestätigen. So. Rum kann auch weg. Ja. So. Stoff, Metall nicht. Holz auch nicht. Metall haben wir 150. Das reicht nicht mal ansatzweise. Hm. Tja. Ich müsste eigentlich wirklich mal ein paar Schiffe hier... Äh, äh. Verlassen wir das mal. Ein paar Schiffe, äh, äh, ja, entern. Um Metall und sowas zu erbeuten. Das wäre schon nicht schlecht, denke ich mal. Hm. Na komm. Geh mal an Steuer und dann... Schauen wir mal. Die Frage ist nur, wohin? Ich fahre jetzt erstmal zur Hauptmission. So. Vielleicht treffe ich auf dem Weg ja noch auf Feinschiffe. Ich schau mal. Du bist... Warte, ranzoomen. Du bist ein Feinschiff. Hast aber nur... Halt, du hast... Ah, du hast Metall. Das ist gut. Warte, das holen wir uns mal. Das geht ja so nicht. Ich brauche Metall. Das sind zwei, ne? Nee. Doch, das sind zwei. Warte. Du hast Metall und du hast eben... Ach, die haben beide Metall. Das ist ja praktisch. Na, da werden wir uns doch mal ein bisschen was gönnen, würde ich sagen. Ja. Ich meine, man kann ja nicht immer total bescheiden leben. Man muss sich ja auch mal im Leben was gönnen, ja? Zum Beispiel, äh, neue Kanonen, ja? Wenn da halt ein paar Crewmitglieder von anderen sterben müssen. Ja, mein Gott. Wir sind halt Piraten. Ja. Soll man vielleicht nicht mal so eng sehen als Pirat. So, guck mal. Da haben wir schon mal ein Schiffchen. So, das sollte sogar möglich sein, die so zu besiegen, theoretisch. Huch, warte mal. Überweise sind es jetzt natürlich zwei, aber das macht ja nichts. Huch. Ach, das ist gleich der nächste Spruch. Da sind wir am empfindlichsten. Feuer! Bereit zu feiern, Sir. Feuer! So, warte mal. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Huch, das ging irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich das abfeuern, aber kippe ich nicht verfügbar. War auch nicht schlecht. Ich glaube, ich bin aus der Karte rausgefahren. Feuer! Alle Sängel! Huch, dann fahr doch mal wieder rein in die Karte. Wir fanden alle Sängelraffen. So, in Deckung gehen und dann... Nein, hier, Nanu. Jetzt muss ich mich auch noch drauf konzentrieren, dass ich nicht aus der Karte rausfahre. Das ist ja richtig toll. Außerdem sind hier zwei Schiffe, das ist nicht allzu praktisch. Feuer! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Das war richtig? Ja. Naja, das war irgendwie nichts. Oh. Mist. Wo ist denn jetzt das andere Schiff hin? So, das können wir entern. Da hinten ist das nächste Schiff. Ich entere erstmal das hier, würde ich sagen. So. Na? Tja. Dann wollen wir mal. Also, gleich. Also. Jetzt. Jetzt. Okay. Ach Gott, nur zehn Crewmitglieder töten. Das ist ja lächerlich. Das kriege ich ja wohl noch hin, würde ich jetzt mal sagen. So, das waren schon drei. Da ist noch wer. Und guck mal, wer da noch ist. Den mag ich sowieso nicht. Ach, das sind schon neun von zehn, ist er ja. Tschüss. So, geschafft. Okay. Na, ich mach mal dieser Ladebildschirm. Okay, irgendwie kenn ich diese Szene schon. Ich möchte gerne die Jackdor reparieren. So. Ich bin nämlich noch im Gefecht. Da ist das vielleicht ein bisschen sinnvoller. Außerdem kann ich jetzt die Jackdor gleich ausbauen, weil ich Metall hab. Sollte ich zumindest können. Theoretisch. So, das war jetzt das Schiff. Äh, warte mal. Wo war jetzt das andere? Da vorne war das andere. Ne? Oder hat das jetzt... Das hat wahrscheinlich wieder volles Leben, so wie ich es kenne. Oder, keine Ahnung. Vielleicht. Also wieder volles Leben, ist gut. Also volle... Ja, wieder... Komplett nicht kaputt. Äh, ich wollte die Mission noch gar nicht starten. Ich wollte erst das Schiff da hinten. Ja, das hat... Okay, ne, es ist noch geschädigt. Das ist ja praktisch. Huch. Na, dann wollen wir mal. Nochmal ruf und dann... Kann ich es auch schon entern. Wie praktisch. So, sofern ich da hinkomme. Warte. So, zum Entern S halten. Habe ich jetzt ein bisschen Scheiße eingeparkt mit dem Schiff. Aber ist ja wurscht. So, benutzen. Hallo? Nein! Geht doch nicht runter. Benutzen. So, schauen wir mal. Wen haben wir denn da? Da haben wir ein paar Crewmitglieder, die jetzt sterben müssen, leider. Das tut mir natürlich überhaupt nicht leid. Ich bin ja ein Pirat. Na, da ist ja logisch, dass mir das nicht leidtut. Na, kann ich vielleicht... Ach, schon... Ne. Irgendwie lebt er noch scheinbar. Ist ja komisch. Ha, jetzt sind es 10 von 10. Was machen wir denn jetzt? Der Tor reparieren oder vielleicht mal... Ne, die Flotte aufnehmen bringt, glaube ich, nichts. Ach, komm, ich repariere nochmal die Jackdor. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich hätte irgendwas anderes wählen sollen. Die Jackdor war ja richtig... Die war ja nicht mal kaputt. Ach, Mist. Na, egal. Egal, egal, egal. So. Dann wollen wir mal... Okay, Schiff ist weg. Ich fahr mal zur Mission, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir genug gekämpft. Jetzt können wir auch mal die Hauptmission starten. Oder... Weitermachen. So. So, soweit sollte das ja nicht sein, theoretisch. Also, da vorne irgendwo, theoretisch. Na, wo bist du denn? Miss Jöntjen. Alter. Die singen so viel. Afrika. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Wir singen zur Küste von Afrika. Afrika. Hey, Afrika. Okay. Halten Sie ein Mausrad, um Informationstafel zum aktuellen Ort anzuzeigen. Ach, das ist ja praktisch. Ach, das ist ja praktisch. Der Tipp ist ja echt hilfreich. Ach, cool. Das sieht schon nicht schlecht aus, muss ich ja sagen. Hoch. 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 Was? Hilfe. Ich. Äh. Ähm. 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 Würde ich vielleicht bitte auftauchen, langsam, aber sicher. Alter, what the fuck? Hilfe, ich bin unter Wasser. Ich bin unterhalb der Welt, guck dir das mal an. Ja, ich kann hier schlecht in Deckung gehen, ich seh ja nicht mal, wo ich überhaupt bin. Hallo? Taucht er auch mal auf oder so? Ich weiß ja nicht. Ähm. Hallo? Ich glaube, der taucht gar nicht auf. Was soll ich denn jetzt? Ähm. Ich finde es ja toll, wenn die Spiele immer so fertig rausgebracht werden. Jetzt ist das Schiff über mir. Ne, ich finde es echt toll, dass ich jetzt hier unter Wasser bin. Was mache ich denn jetzt? Hehehe. Hey, lustig. Okay. Ich glaube, der taucht nicht mehr auf. Ich dachte, der taucht auch wie sonst auch immer, aber ich mache mal folgendes. Erinnerung verlassen. So. Ich weiß nicht, wo ich jetzt starte. Ich hoffe, ich darf die Mission gleich weitermachen. Ah, jetzt. Ah. Muss ich natürlich ein bisschen... Ja, geht. Ich bin jetzt nicht so weit. So, ich hoffe, dass ich jetzt mal richtig da lande. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht lädt er zu schnell von der SSD. Ich weiß es nicht. Aber das sollte das Spiel ja eigentlich verkraften können. Wie kann es denn sein, dass ich einfach unter dem Wasser spawne? Ich meine, what the fuck? Was denn das für ein... Wer programmiert denn sowas? Was ist denn das hier? Willst du mich verarschen? Alter. Ich will auch nicht, dass Bruder verlassen wird, nur drehen. Äh, guck mal, das ist schon versenkt. Dann wollen wir mal... Wenn schon, denn schon. Dann holen wir uns wenigstens mal die Beute, die da irgendwo liegen sollte. R-Beuten. Wow, war ja sehr viel. So, zur Hauptmission wollte ich jetzt... Alter, die wollen mich doch verarschen. Dieses kleine Schiff. Wieso greifen die mich überhaupt an? Die haben doch gar keine Chance. Echt mal. Ich wäre so an denen vorbeigefahren, weil die mir ja überhaupt nichts bringen. Aber nein. Wenn die unbedingt sterben wollen ja, dann sollen sie halt. Also Mission starten. So. Ja, ja, das kennen wir schon. Ach, guck mal, die Delfine oder was das ist? Ja, Delfine scheinbar, ne? Online-Events stehen nur für begrenzte Zeit zur Verfügung.